. . . . . . So, willkommen zurück Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier. Wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certement, Monsieur. Pferdearbeit. Pferde aufsammeln oder was? Pferde. Tier, Tier de la Serre, wartet. Oh, de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ja, ein scheiß Brief oder was? Ein Brief für Tier de la Serre, er strengend. Oh, immer ruhig Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir, ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen, es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Der scheiß Brief. Monsieur de la Serre, halt! Das wird doch jetzt hier wohl kein Hit sein, oder? Verdammt, macht langsam! Naja, irgendwie hat sich hier irgendwo noch Performance überhaupt noch nicht geändert, ey. Mein, 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 Mann. Ruckelig hier die Scheiße, ey. Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Arrêtez! Monsieur de la Serre! Miss Excus, falsche Kutsche! Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Falsche Kutsche? Ich bin in den Zehen. Und das lag hier ohne Ende, ey. Oh, ist der Kotz ab, ey. Ich spiele da lieber Far Cry 4 weiter, ey. Ich spiele jetzt keine Hardware-Fresse, aber das ist ein Witz für meine Rechner, wo es die Performance von ich spiele jetzt scheiße ist. Und das ist unsere France. Das ist unsere Marke. Also, wenn das gut läuft. Warum? Generalstände, aha. Und da ist auch die Kutscher, aha. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir da runterspringen können. Ah. Neuer Weiche landen jetzt, ja. Ah, drücke V, aha. Ah, ja. Ah. Ah. Hinten anstellen. Ah. Hinten anstellen. Werde geben, den Umweg machen. Ah. Ah. Machen wir jetzt auch nicht. Ah. Mann. Jetzt springen wir mal hier runter und in der Bucht da. und das ist nur ein Verstecker, alles klar die untere Galerie finden, also müssen wir wahrscheinlich runter und immer die verdammten schlecht spüren sehe ach noch schneller ich habe ich nicht gezögert diese praxis wieder einzuführen eine praxis die super versammel und der nation eine quelle des glücks sein wird mensch rutscht die staatsschulden zur zeit meiner inkonisierung bereits genommen aufgrund der kosten des teuren aber ehrenhaften krieges noch weiter gewachsen der einzige ausweg der wo zum teufel sind sie große unruhe endlich und übersteigerte hoffen die beiden schon wieder letzten sich fest die müssen wir gefolgt sein der menschen und diese beiden dinge sind es die unsere meinung prüfen können wenn sie nicht richtig gestellt werden hinter der bühne gehen ohne und wer oder was übernimmt dann ein neuer könig ein rad aus fähigen männern das ist die frage nicht wahr eine waffenruhe worum bitte ging es da bloß nun kommt wir können das doch sicher ohne blutvergießen klären oder meint ihr nicht schnapp ihn Ugo wohl eher nicht da ging es so ein bisschen schlosser Problem aber ich würde ganz liebsten aus dem Fenster kicken das kommt ja wieder wir können uns beide auf hier hilft dir kein reicher alter Mann was kommt hier wieder an was kommt hier wieder an mich zu bestehenden Volk oder victor auf euer wohl meine herren was machst du da weglaufen ja ja einfach erst mal nur gut 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 die arschlänge sind wir los auf ich mal dann komme ich nicht wieder rein und dann werde ich zu hause auf sie warten Naja, wieviel Anfragen denn noch, äh, Mensch. Wollte ich sagen, sehen wir uns im nächsten Bad weiter. Wieder, nicht weiter. Hm, haut da rein. Musik 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 Musik